hey ho und herzlich willkommen zurück zu wolfenstein 2 ja beim letzten mal habe ich ja hier ausgemacht gehabt und wir müssen ja den arm von fergus suchen der ist abhanden gekommen nachdem wir so heftig getrunken haben denn peter hatte glaube ich geburtstag und die haben eine überraschungsfest abgehalten so dass mich gerade am gucken wo wir den empfinden ich muss jetzt übrigens die leute befragen und das kann sogar ziemlich ziemlich lustig haben wir ein concept art was haben wir denn da lassen wir zum lesen ich weiß eigentlich wo der ist war denn mal wo ist denn eigentlich die frau mit der was hatte weil die müssen wir befragen okay ich hoffe das dauert nicht so lange weil das problem ist nämlich ich bin ja beim aufnehmen habe ich das ding nur anschaue kriege ich gänsehaut okay wie ich höre suchen sie nach folges arm reden sie mit paris jack der hat sich gestern abend mit folges unterhalten paris ist in der messe okay dann gehen wir mal zur messe bombarde wo ist die messe hier nicht aber so riechst du nicht mit mir ich bin der captain usack ich bin gerade mit überlegen wo der arm sein könnte ne sie hat den arm ist weg ja der habe ich ja schon geredet aber trotzdem danke okay ich werde nicht wüsste wo die messe ist ne obwohl die messe helmen kann warte mal kann man die kantin auch messe sagen ich weiß nicht mal was die messe ist hier ich hab da vielleicht was für sie okay hey paris jack ich suche nach folges arm irgendeine ahnung wissen sie ich hab folges gestern abend gesehen hey sehen sie die kleine da drüben nicht hingucken man ich wollte ihr diese rose schenken und was romantisches sagen sind sie ein romantiker ähm manchmal okay nichts anröchiges sie ist ein gutes mädchen und soll wissen dass ich ein ehrenwerter mann bin wie wäre denn das maria seit ich sie kenne wollte ich das tun und dann gebe ich ihr die rose und sage diese rose ist ein symbol meiner guten absichten ich hoffe sie möchten mit mir ausgehen es muss nur ernst gemeint sein und von herzen kommen scheiße bin ich nervös ich will es nicht vergeigen ich spiele ihnen was für die richtige stimmung verdammt maria seit ich sie kenne wollte ich das tun mir reicht's mit dir du verkackter scheiß arm ich werde dir manieren beibringen er ist abgedampft richtung hangar naja so wütend habe ich noch nie jemanden erlebt danke ach ja geh jetzt zum hangar genau warum bin ich da nicht gleich hingelaufen verges soll richtung treibstoffdepot gegangen sein vielleicht liegt da sein arm ja ja eigentlich eigentlich äh wo war das hier nicht ich muss treppen glaube ich nach oben nehmen ne ich hatte es ein paar tage nicht gespielt ich weiß gar nicht ob ich schon mal erwähnt hatte leute aber für all die die übrigens die letzte folge nicht gesehen haben sollten oder noch gar nichts von wolfenstein 2 kennen sollten in der video beschreibung da findet ihr einen link worauf klicken könnt um euch alle folgen anzusehen so und jetzt muss ich den arm finden nein 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 genau da ist er ich hab ihn gefunden was ist er denn jetzt muss ich noch mal wo versteckst du dich arm naja da hinter irgendwo äh wo waren das da ne bumm ah ich finde die waffe genial ok aber ich glaube ein großes abenteuer erleben wir nicht genau hier ist er nämlich da geht es nach unten kann man hier noch etwas sammeln ne ok denn nicht blub dann hauen wir hier halt ab ne ich werde im übrigen die folge mal nicht so lang machen also eine halbe stunde sollte diesmal reichen weil ich noch so viele andere sachen zu tun habe da reduziert man immer die video länger wisst ihr so ah genau hier sind wir jetzt muss ich nur noch zu verges gehen wolltest du mir was zeigen schätzchen max was oh oh ist das dein werk maxas alter sie sieht geil aus ich habe kunstgeschichte studiert da mein vater kunsthändler war und ich immer so gern durch die galerie spaziert bin ich würde sagen dein werk könnte man für einen ganz schönen batzen geld verkaufen und das meine ich todernst maxas was dagegen wenn ich mir das einfach noch ein bisschen anschaue maxas überlegt mehr hat nur eine gehirnhälfte ja weil die andere ja fehlt und tut mir leid einfach nur krass er hat nicht nur den ein professor den cess ne besiegt in in schach oder was dame schach dame ich weiß gerade nicht was es war ist eine weile her und er hat dieses kunstwerk geschaffen sehr sehr schön gemacht so wo ist denn jetzt fergus der sack bei der feier hatte fergus noch beide arme so weit ich mich erinnern kann ich will nur runter oh ich habe kartoffeln ach genau die kartoffeln konnten wir ähm äh glaube ich abgeben ne dem schwein geben oder so hallo freundin jetzt würde ich aber gerne mal wissen wie es hier nach unten geht ich habe nämlich keine ahnung das problem ist ich sehe immer sehr sehr schlecht durch wird denn da unten geht es jetzt aber achso ich muss nach oben ne boah das ist doof es ist auch bissl doof ja toll bin ich fast zehn minuten rumgelatscht hehehe naja was solls kann man schon mal machen jetzt brauche ich nur noch mrs pick und dann äh ja obwohl wenn ich das mache glaube ich bricht ja das ab das heißt ich sollte sie jetzt schnell füttern und das war unten ne wo max hass ist irgendwo da war nämlich das schwein wow ich hier nicht das erste lab hier hab fergus arm nicht gesehen aber wenn ein schwein wegläuft schaue ich als erstes beim futtertruck nach bist du jetzt zufrieden schwein ich sag ihnen es wird dauern sich an das leben unter wasser zu gewöhnen so das wollte ich nämlich noch machen äh so wartet mal wo sind wir denn ich sehe hier nicht durch ne genau jetzt sind wir bei sess labor das heißt also ich kann hier nach oben latschen ja den brauchst du auch nicht sehen weil ich hab ihn ja schon und jetzt hier lang genau und dann sind wir da oh gott ey ich hab jetzt in den 10 minuten eigentlich nur eine sache gemacht da hinten ist er schön füttern für es wollen sie mich umbringen na bitte der bewährte katerkiller von alten horten funktioniert immer bämm warum lümmeln sie hier rum hä müssen wir nicht zur einsatzbesprechung die party ist vorbei unvorstellbar unbegreiflich entschuldige dass ich wegen des hemds so sauer war ist ein guter kerl max has meine brüder und schwestern meine brüder und schwestern hört mir zu in weniger als sechs stunden tritt frau engel wie geplant in der jimmy carver show auf live aus hollywood kalifornien während die leute im fernsehen dieser schlampe in den arsch kriechen infiltrieren wir den ausmerzer schalten das odin verteidigungssystem aus und kapern ihr schiff und dann finden wir die fotze und erledigen sie was ist frau grace ich habe die odin codes entschlüsselt die herr blazkowitsch von der venus mitgebracht hat es ist nur ein wort Valhalla geben sie es an einem beliebigen odin terminal ein um die automatischen verteidigungssysteme abzuschalten gut sie können jetzt gehen regime flittchen wie ich schon sagte wir finden diese schlampe und erledigen sie was ich bin kein regime flittchen kapiert ist endlich sie haben kein recht mich als jemanden abzustimmen wenn ich bin der unbedeutender und weniger menschlich ist als sie sagen sie es dass ich nicht zum regime gehöre in ordnung ok verstanden sie gehören nicht zum regime und du ich liebe dich verstehst du das denn nicht du voll idiot und es tut weh es tut weh dass du so dumm bist und mich nicht auch liebst aber ich werde meine tränen trocknen und darüber hinweg kommen weil ich dich nicht brauche um glücklich zu sein nur mit deinem körper werde ich im geiste hin und wieder meinen spaß haben und du kannst nichts dagegen tun und sie kommt was ich gehe ja schon okay niemals bleiben sie sie können mit uns in ordnung sick sie sind die experten erzählen sie wir müssen uns schnell und niedrig annähern so gewinnen wir zeit bevor uns das odin radar entdeckt wenn wir uns direkt unter dem ausmerzer befinden müssen wir schnell senkrecht aufsteigen so können wir die odin eröffnung salve am ehesten überleben mit etwas glück sind wir weg bevor odin eine rakete auf uns abfeuert ohja beim ausmerzer ohja beim ausmerzer ohja beim ausmerzer Ich warte schon, Baby. Ach ja, was geht hier los? Ah, ab meine ich. Haben die das gerade abgeworfen? Na, wollt ihr da irgendwie Kugeln fressen? What? Arsch! Lass mich in Ruhe! Und Fallum! Geh doch! In der Mitte des Raumes ist ein Terminal im Boden versteckt, das die Tür zum Hogan-Leitstand öffnet. Gefunden! Die anderen Bereiche des Schiffes sind von Ihrem Standort aus schwieriger zu erreichen. Rufen Sie die Lagepläne im Terminal auf und suchen Sie einen Weg an ihr. Bis jetzt war es ja ziemlich einfach, ne? William, such den Hugin-Leitstand und deaktiviere die Backbordverteidigung. Ich bleibe hier und versuche einen Weg durchs Schiff zu finden. Okay. So, wo muss ich jetzt nochmal hin? Da hinten, ne? Genau. Guck mal, wer ist denn da? Oh, nöö. Was macht denn mein Vogel hier gerade? Hier, fress Kugeln, ihr Schweine! Okay, war das nun? Ey! Alter! Shit! 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 Ich kann nicht schießen, ne? Man merkt, dass ich eine Weile nicht gezockt hab. Ich brauch mal kurz was zum Heilen und so. Hab ich nicht eigentlich irgendwas aufgenommen, was meine Rüstung wiederherstellt? Alle dort? So, ein Drecksack. Ah, den haben wir zumindest. Bisschen Rüstung auch. Wurde mal sagen, scheiße, wa? Okay, wo geht's hier lang? Okay, ich brauch mal kurz ein bisschen mehr Saft. Und da ich ja wieder so gut weiß, wo es lang geht, und zwar gar nicht. Ah, da. Ich war gerade irgendwie ein bisschen zu doof, die Richtung hier zu finden. Nee. Ich bin doch richtig gewesen hier hinten. Nein, da lang. Und dann die Tür öffnen, ne? Genau. Ja, oder ich renne da einfach durch. So kann man's auch tun. Also, wir sind übrigens kurz vor dem Ende, also zumindest von der normalen Kampagne. Da fehlt jetzt eigentlich nicht mehr viel. Eigentlich den Ausmerzer komplett befreien und Frau Engel töten und das war's. Ja. Äh, was? Äh? Bist du bekloppt? Ich muss da runter. Das haben die immer noch nicht repariert, ne? Wie es aussieht. Ah, dafür rennen hier eine Menge Leute rum. Hab ich Granaten? Nee. Ich kann einfach nicht mehr schießen. Schauen wir mal, ob ich ein paar Tage nicht hier spiele, kannst du das komplett vergessen. Erstmal schön Munition schnappen. Und wo muss ich jetzt lang? Hier ist immer ein Problem durchzusehen, ne? Oh, nee. Wartet mal, ich hab doch noch den Revolver. Mit der besseren Munition, ne? Das heißt also, ich kann auch hier nach unten gehen. Und von da aus irgendwo den Kommandanten erledigen. Am besten. Ja, genau. Das geht gut. Willst du mich rollen? Was ist das Kacke? What? Okay, wartet mal. Hier, fress Kugeln, ihr Schweine. Ich kann auch noch den Rappen. haben. Irgendwie, ja, macht er manchmal nicht. Und das war's. Für dich. Mal sehen. V.A.L.A. A.L.L.A. Boah, hallo. Boah. Willst du mich gerade verarschen? Wo kamen die denn jetzt her? Kannst du jetzt mal weitermachen? Mann, willst du mich jetzt verscheißern, Alter? Kann ich jetzt den ganzen Piss nochmal machen? Oh, warum können dann solche Sachen nicht im Spiel gespeichert werden? Das ist doch jetzt... Geh doch mal da jetzt da runter, Junge. Ey, ist so scheiße gemacht. Das ist ja so dumm. Na, hier wird nicht geschlafen auf Arbeit. Kann man das nicht anders irgendwie schaffen? Nicht irgendwo hochklettern? anscheinend nicht. Und da hoch geht's auch nicht, ne? Boah, ist das kacke. Ey, das ist doch scheiße. Jetzt mal ganz im Ernst. Und da kann ich nicht durch. Weil kleiner machen kann ich mich nicht. Boah, das ist so kacke. Also, die hören das. Oder kann ich das hier runterfahren? Nö. Es bleibt ja nur das hier. Aber das geht ja nicht. Und weiter nach unten geht's. Ey, wisst ihr, das ist doof. Oh, das ist so kacke. Geht doch. Hey, der lebt noch? Der wurde mir doch gerade nicht mehr angezeigt. Was soll denn das Pisse jetzt? Was soll denn die Pisse? Das ist kacke, ey. Ich muss ja nur gleich ausmachen. Ey, es ist doof. Und kaum gebe ich den Code ein, geht wieder los. Oh, A, L, A, A, L, L, A. Gut gemacht, William. Die Backbordverteidigung ist außer Betrieb. Komm so schnell wie möglich zurück. Ich glaube, ich habe einen Weg zu den anderen Zielen gefunden. Ja, okay, kann ich hier machen. Auf jeden Fall haben wir das erstmal soweit hier geschafft, ne? So, das ist gut, hm? Okay, Munition. Och, nee, Mann. Oh, das ist so komisch gemacht, Mann. Vor allem, weil der nicht weiß, wo die sind. Oh. Sind die oben? Sind die unten? Ey, warte mal, den erledige ich erst später. Ich muss erst mal den einen Typen finden, ja? Dann kann man nämlich den erstmal ausschalten. Der ist gleich hier hinter. Ich habe nämlich keinen Bock jetzt auf Überraschungen. Deswegen schleiche ich jetzt ein bisschen. Mann, warum bin ich denn jetzt runtergefallen? Oh, nee, Alben. Ist das doof. Och, Mann, und dann kannst du die ganze Pisse immer wieder von vorne spielen. Das ist, was mich am meisten an dem Spiel aufregt. Mann, 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 jedes Mal die gleiche Pisse. Das geht mir so auf den Sack. Fall runter, du Sack. Ich gehe jetzt, glaube ich, nach unten. Und von unten mache ich dann den fertig. Obwohl, ist aber auch doof, weil er ja nicht weiß, ob da welche stehen jetzt. Oh, ist das ein Mist, ey. Liegen übrigens noch die Waffen, die ich beim letzten Mal, glaube ich, habe liegen lassen. War sie auch schon eine Weile hier. Okay, genau, lauf weiter. Oh. Habt ihr ihn gesehen? Nee. Oh. 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 Oh, oh. Ich will jetzt nicht schon wieder krepieren. Na! Oh, ja, kommt gleich der Zwete. Ja, stirb, stirb. Danke. Ja, ich bin eigentlich über meine Zeit, aber okay, kann ich machen. Ja. Willst du mich jetzt lange verarschen? Ey, was ist das denn jetzt hier für ein Schwierigkeitsgrad, Junge? Boah, ich habe aber viel zu viel... Viel zu wenig geschlafen, wollte ich eigentlich gerade sagen. Was ist das? Das ist halt die Klappe, ey. Das geht nur auf den Sack. Okay. Wie die durch die Wände teilweise schießen können. Ey, willst du mich jetzt langsam verarschen, oder was? Ne, das ist jetzt der letzte Versuch, Leute. Wenn das jetzt nichts funktioniert, also wenn das jetzt wieder nicht geht... Ganz ehrlich, dann habe ich keinen Bock mehr. Dann mache ich erst beim nächsten Mal weiter. Mann, warum startest du denn direkt da, wo die Leute gleich kommen? Mann! Oh, das gibt es einfach mal nicht. Oh, Muskelkater, überall so ein Mist. Mach doch mal jetzt Sinne hier, ey. Mann, das geht mir so derbe auf den Sack. Es ist so klar. Ich starte mit keiner... Wie soll ich denn das jetzt hier machen? Ohne Gesundheit und so. Ah, jetzt nehmen wir jetzt schon mal Rüstung. Ich mache es jetzt anders. Ich nehme jetzt erstmal noch das Ding. Mann! Einfach umfallen und sterben, danke. Sind die jetzt alle? Junge, ja, zum Glück. Ich brauche jetzt erstmal Gesundheit. Ich habe mich wahrscheinlich einfach nur ein bisschen blöder angestellt, aber gut, was soll's. Nach über acht Stunden Arbeit ist es doch kein Wunder. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Da ist sie. William, ich bin hier drin. William, spring in die Transportkapsel auf der anderen Seite. Ich habe sie umprogrammiert. So kommen wir nach oben. Von dort aus erreichen wir die anderen Odin-Leitstände. Ja, das machen wir aber erst beim nächsten Mal. Ich kann euch sagen, die Stelle ist noch ein bisschen... Ja. Die Stelle ist mich noch ein bisschen beschissener als die, die wir jetzt gerade gespielt haben. Von daher, es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet bei Wolfenstein 2. Bis dahin würde ich euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen oder was auch immer. Also bis dann und tschüss.